Secret Lair Drop, der April 2022 Super Drop, wo wir wieder einiges haben. Willst du einmal kurz die Thematiken durchgehen? Ohne dass wir jetzt auf jeder einzelnen Karte, die in dem Drop drin ist, einfach nur, dass wir einmal durchgehen, was es so thematisch denn so gibt. Ja, können wir machen. Wir haben halt wieder, es ist von über Nacht einfach immens viel gekommen, dementsprechend ist es immer ein bisschen schwieriger. Wir haben erst mal Secret Lair Showcase Streets of New Capanna Gilded Foil Edition. Das ist einfach nur Showcase-Frame-Version. Dann haben wir Special Guest, Matt Jukes. Auch hier jetzt kein Artist, sondern einfach ein Gast. Genau. Dann haben wir Artist Series, und zwar eine Menge davon. Wir haben Magali Villeneuve, glaube ich. Ne, Villeneuve, so. Wir haben einen Artist Series von Siddharth Chattrouver. Wir haben eine Artist Series von Wayne Reynolds. Und das sind drei Artist Series. Das fand ich sehr, sehr krass. Dann haben wir den April-Joke von Wizards, der mittlerweile auch nur noch Dead-Jokes sind. Und zwar, finally, left-handed Magic Cards. Das ist so fürchterlich. Dann ganz am Ende, Just Some Total Normal Dudes. Mit wieder so sehr comichaft angehauchten, das hatten wir jetzt in letzter Zeit öfter, seit die Chorea schon. Sehr comichaft angehauchten, überspitzten Comic-Figuren als Magic Cards. Und da sind teilweise sehr, sehr krasse Sachen drin. Also, es gibt ein paar, wo es krasse Sachen drin sind. Aber das Ding, finde ich, ich finde es nicht unbedingt hübsch. Aber das ist für mich so ein kleiner, der kleine Gewinner tatsächlich. Ja, das stimmt. Und das Ganze gibt es natürlich dann in einem Non-Foil-Bundle, in einem Foil-Bundle und dann noch mal in einem Bundle-Bundle, wo dann Non-Foils und Foils mit drin sind. Kleine Randnotiz, diese erste, die wir erwähnt hatten, die Showcase Streets of New Carpenna, wird eine neue Art von Foiling drin haben. Und zwar das Gilded-Foil, wo ich ... Ich weiß nicht, ob du da schon in dem Thema drin bist, aber durch dieses neue Foiling gibt es eventuell Probleme mit Turnierlegalität, oder? Ja, auch. Erstens gibt es einfach Probleme mit dem Foiling, tatsächlich. Es gibt ja schon Online-Openings da tatsächlich von ... Nicht von Sigurdler, von den New Street of Carpenna Collector-Displays, wo die ja diese Foil-Gold-Foil-Gilded-Foil-Edition, keine Ahnung, wenn sie nennt, auch schon drin sind. Mhm. Und ja, die sind halt auch nicht so die geilste Qualität mal wieder. Ja. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie sie die jetzt raushauen. Genau, und was ich halt gelesen hatte, das war aber auch nur so ein Tweet, den ich leider so ein bisschen überflogen hab, ist die Warnung, dass man mit der Kartendicke durch dieses neues Foil-Treatment nicht gewährleisten kann, dass die quasi als zu illegale Magic-Karte gilt, weil sie einen kleinen Tacken zu dick ist für ... Also, alle Karten, die so dieses Gilded-Foiling drin haben, das betrifft halt eben auch die Karten aus dem Haupt-Streets-of-New-Carpenna-Set, aber halt eben auch die aus diesem Secret-Lair-Drop, dass man da ... Also, natürlich kann man sagen, hey, ich spiel sowieso nur Commander oder ich spiel sowieso nur Casual, dann ist das auch egal, aber das ist schon was ... In diese Richtung geht halt Wizards of the Coast häufiger mit grade so experimentellen Secret-Lair-Drops, wo halt eben die Turnierlegalität irgendwie nicht immer so ganz gegeben ist. Ähm, ich mein, die Drop selbst ist sehr cool. Wir haben drei Karten, einmal Atraxa, Predators Voice, dann Brea, Ethereum Shaper und Idris, Maelstrom, Wielder. Und das sind zumindest drei von fünf Karten, die, ich glaub, Teil mal einer ... Ja. Einer Commander-Deck-Series irgendwie mal waren und vor allen Dingen auch sehr, sehr beliebte Commander. Was sagst du denn als zwei? Das sind drei beliebte von den fünf. Ich find's immer noch schade, dass sie nicht alle fünf genommen haben. Ja. Weil für den Preis, ganz im Ernst, hätten sie auch alle fünf reinknallen können. Weil die anderen, die sind halt nichts wert, die beiden. Also Saskia und die beiden Brüder, ich weiß es schon nicht mehr, wie sie heißen, die sind halt nichts wert. Die will halt niemand haben. Da hätten sie doch grad noch oben draufwerfen können. Genau, genau. Diese Bande soll nämlich 55 Euro kosten, beziehungsweise 54,99. Und das ist schon happig für drei Karten. Also, ich glaub, Value-mäßig kommt man, glaub ich, auf den Wert wieder rein. Also, rein von einem MTG-Finance-Aspekt lohnt sich das. Aber von einem Wizards of the Coast, denk, weiß ja, dass es keinen sekundären Markt gibt. Hint, hint. Von der Aspekt drei Karten für 55 Euro anzubieten, ist happig. Das ist wirklich, wirklich happig. Und wie gesagt, also gerade von der Qualität her bin ich halt sehr, sehr enttäuscht. Mit der Qualität mein ich halt genau, dass die halt zu dick sind. Und auch zu schwer. Ich hab in meinem Urlaub, hab ich einen Vortrag gehalten über Fakes, wie ich auch schon ein Video gemacht hab bei mir auf dem Channel. Und da geh ich auch auf das Gewicht von Magic-Karten ein. Wie viel eine Magic-Karte wiegt. Und das hab ich jetzt schon mehrfach an den Rand getrieben, wodurch die Spanne einfach breiter geworden ist. Aber diese Karten wiegen anscheinend so viel, wie teilweise Fakes- oder Reback-Karten, wo Kleber mit drauf ist. Ja. Und das ist schon krass, finde ich. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, ja, es ist halt so ein Trend, den man halt, glaub ich, nicht mehr aufhalten kann. Aber es ist halt schon schwierig, bei der auch Collector-Displays und Collector-Boostern halt eben dann noch quasi bezahlst du so viel Geld. Und auch bei dieser Secret-Lair-Drop bezahlst du so viel Geld und hast im Endeffekt Karten, die nicht spielbar wären auf einem offiziellen Magic-Turnier. Ich mein, klar, das richtet sich eindeutig an Commander-Spieler. Aber trotzdem ist es halt schade, dass da so ein bisschen auf die alten Werte, ja, verzichtet wird. Richtig. Und dazu kommt ja auch noch eine News, die ich hier noch angekündigt hab, die ich vergessen hab, das kommt zu schreiben, dementsprechend. Und zwar werden Secret-Lair auch noch verschoben. Ja. Das wurde die Secret-Lair-Version von dem Commander-Deck des Heads und Tails, was sie wirklich angekündigt haben, das wurde auf Q3 oder Q4 verschoben, also Quartal 3 oder 4 von 2022. Krass. Das ist relativ weit hinten. Ja. Und die Leute, die das bestellt haben, bekommen, das ist ganz cool, Neon Dynasty Collector Booster. Ich glaub, zwei Stück. In diese Sendung mit reingelegt. Sie bekommen trotzdem ihre Secret-Lair-Bestellung. Auch die verspätet sich, glaub ich, um ein oder zwei Monate. Was auch eigentlich schon ein Hinweis ist, Jungs, ihr macht zu viel Secret-Lair, wenn ihr mit dem Druck nicht wiederherkommt. Das stimmt. Aber sie packen zumindest nicht einen D&D-Set-Booster bei. Sie gehen halt hin und all in und sagen, okay, wir machen Neon Dynasty Collector Booster, zwei Stück. Das ist okay. Ihr habt zwei Wochen oder zwei Monate, die das Ding später kommt. Und dann habt ihr noch einige Monate später dann das Commander-Deck, was ihr auch nochmal gratis nachgeschickt bekommt. Ja. Aber vielleicht sollte man sich echt überlegen, ob man zu viele Secret-Lair druckt. Ja, ich mein, der Weg für Wizards of the Coast geht dahingehend, glaub ich, nur in eine Richtung. Und das wird bis zum Kollaps durchgezogen. Und ja, wir haben tatsächlich, du hast ja eben schon bei der Übersicht gesagt, wir haben ein paar Series, ein paar Artist-Series, ein paar Künstler dran. Unter anderem halt eben das Matt Hughes Secret-Lair-Job, was die Checklands beinhaltet. Also Rootbound Crack, Glacial Fortress und so weiter und so fort. In einem sehr abstrakten Stil, die sich nicht so krass voneinander unterscheiden. Was ist deine Meinung zu diesem Art-Style? Ist das was für dich? Ja. Das ist so ein 80er-Jahre-Comic-möchte-gern-Retro-Look. Ohne dass es retro ist. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde das wirklich, wirklich schlimm. Jedem, der es gefällt, bitte. Ich finde ihn nicht schlimm. Und ich finde auch, die Karten haben es einfach nicht. Warum nehmen sie nicht coole Länder? Ja. Warum nehmen sie denn Checklands, die niemand mehr spielt? Selbst die Comaner-Spieler ja nicht mehr. Absolut, absolut. Ganz im Gegenteil, aber auch ähnlich frustrierend, die Wahl der Karten ist es. Mangali Veneuve oder Veneu oder wie auch immer sie heißt. Einer meiner absoluten Lieblings-Magic-The-Gathering-Artists. Also, jedes Artwork von ihr ist absolut peak. Peak und diese Artist-Series sind ja auch dazu da, eben, dass sie zumindest, was sie nach außen kommunizieren, sie suchen sich Karten aus, zu denen sie dann eben Artworks machen. Und hier haben wir jetzt noch ein bisschen das Thema One-Drops. Wir haben Death's Shadow, wir haben Mother of Runes, wir haben Elvish Mystic und halt eben ein Forest. Wo ... Ich will dieses Secret-Lear wirklich lieben. Aber die Karten, die da drin sind, die sind halt alle halt wirklich nahezu nichts wert in ihrer Ursprungsversion. Und wir hatten ja schon mal die Mother's Day, Mother of Runes-Drop, wo ich mir gedacht hab, okay, wer ist denn jetzt nicht die Zeit, Giver of Runes zu reprinten in dem Slot? Also, siehst du das auch ähnlich, dass es ein bisschen frustrierend ist, weil die Artworks sind superschön. Die sind wirklich, würd ich mir sofort aufhängen, grad dieser Elvish Mystic ist unfassbar hübsch. Aber doch auch ein bisschen eine verpasste Chance, oder? Absolut. Also, die Karten sind ... Es sind coole Karten, es sind gespielte Karten. Man hat Death's Shadow für Modern, man hat Mother of Runes für Legacy, man hat den Elvish Mystic für Pioneer, glaub ich. Ja, ja, genau, da wird er gespielt. Das ist Standard. Ich hab keine Ahnung, dieser Forest stört mich immens da drin. Ja. Weil es ist wie der Sumpf im Seth-McKinnon-Artwork. Ja. Aber der Sumpf im Seth-McKinnon-Artwork, das war einfach auch ein gutes Secret-Lear, weil du hast Damnation dabei. Du hast einen Heavy-Hitter. Ja, total. Und hier fehlt der Heavy-Hitter. Es fehlt einfach irgendwie, keine Ahnung, sie hätten den Elvish Mystic irgendwas anderes machen sollen. Ja. Irgendwas, was ... Tamo-Gulf? Oder irgendwas, was halt Geld ... Ja, irgendwas halt, ne? Irgendwo ist es einfach ... Normalerweise orientieren sich die Preise von den Secret-Lear, auch wenn es keinen sekundären Markt gibt, sehr stark am sekundären Markt. Ja. Und das tun sie hier nicht. Das Ding ist einfach nur ... Also, wenn man die Artworks mag, okay, dann holt man sich die. Aber dann holt die einfach, wenn man sie mag. Die Dinger werden wahrscheinlich relativ günstig werden. Ja, leider. Und das hätte ich mir halt wirklich gewünscht, dass ... Also, wirklich diese Mother of Runes, Give of Runes-Geschichte, also, das wär halt easy, das ganze Ding um 20 Euro aufzuwerten. Der Rest könnte man ja sogar so bleiben. Ich mag, dass ich das Elvish Mystic hier in Reprint bekommen hab und nicht Lanoir-Elf, weil Lanoir-Elf ist immer so der Popkultur-Standard in Magic. Der wird immer irgendwie genommen. Das könnte Finnhorn-Elf sein können. Ja, oder so was, genau. Und Finnhorn-Elf oder wie wär's denn hier mit dem Noble Hierarch? Das ist natürlich jetzt wieder kein Elf, aber das wär zumindest auch noch mal so ein Heavy-Hitter, wenn man bei dem Thema bleiben will. Aber das zieht sich auch so ein bisschen durch bei der Siddharth Shadurvedi-Drop, wo wir unter anderem drin haben, Nomad Outpost, ein Tri-Land, was einfach nur getappt reinkommt. Das ist halt noch nicht mal ein Triom. Ghost Quarter, auch häufig reprinted. Mittlerweile auch nichts wert. Und so ein bisschen haben wir hier diese Thematik, weil du eben sagst, der Forest ist ein bisschen random. Wir hatten jetzt im Seth McKinnon einen Swamp. Bei Magali hatten wir den Forest. Und hier haben wir ein Island drin. Was dann aber wieder, Hint, Hint, auf die nächste Artist-Series, Wayne Reynolds, da ist eben kein Mountain drin. Wo ich mir denke, was macht ihr? Aber da haben wir wenigstens einen Heavy-Hitter drin, also in dem von Shadnav. Ja. Da haben wir wenigstens einen Heavy-Hitter drin mit den Concord Crossroads. Genau, ja, das stimmt. Der erste Vollprint. Es ist der erste Reprint seit 20 Jahren. Ja. Es ist ein Voll-Ghost-Quarter. Hast du mal geguckt, was ein Voll-Ghost-Quarter kostet? Das sind abartige Preise. Das stimmt, ja. Niemand will Normans Outpost oder eine Insel. Aber Voll-Ghost-Quarter und das Crossroads, das ist cool. Tatsächlich finde ich Concord Crossroads auch eine Art von Reprint, die ich mir sehr viel häufiger wünschen würde. Diese obskuren, weil es ist ja auch ein World-Enchantment. Das ist so aus einer ganz anderen Wording-Zeit. Ähm, sowas gerne, sehr viel mehr. So obskuren, alten Kram. Sehr gerne einfach noch mal reprinten. Aber dann noch irgendwas Neues finden für einen Nomad Outpost. Die Wayne Reynolds, die hat, glaub ich, auch eine obskure alte Karte in Baltor, die die feilt. Ich glaub auch, nicht wirklich reprintet. Ein Vier-Mana mit Doppelschwarz und All Minions gets plus one plus one. Ist halt ganz nett, weil es so einen leichten Zwergen-Theme halt eben hat. Wir haben nämlich noch Torbran, Thane of the Redfells, Ram Senior Edificer und Depala Pilot Exemplar. Alles gute spielbare Karten in, ähm, ja eben Commander, aber auch eben zum Beispiel Pioneer. Baltor ist da so ein bisschen die ältere Version der Karte, die, glaub ich, auch am meisten wert ist. Aber auch da hätt's auch nicht wehgetan, da, ähm, ja, vielleicht noch eine fünfte Karte mit beizupacken oder irgendwas, ja, wirklich noch mal von Wert mit dazu zu packen. Und dann müssen wir auch drüber sprechen, die, ähm ... Also, ich muss, glaub ich, sagen, ich hab noch nie so Magenschmerzen bekommen beim Schauen einer Magic-Karte, als ich mir diese Left-Handed Magic-Karts angucke. Die sind so wider ... Also, die sind wirklich abstoßend widerlich. Und das liegt nicht am Artwork, sondern einfach an dem Aufbau der Karte. Ähm, beschreib mal kurz für unsere Podcast-Hörer, was ist denn so komisch an dieser Secret-Layer? Alles. Ähm, grundsätzlich hast du normalerweise auf der Magic-Karte links oben den Namen, rechts oben die Mana-Kosten. Ja. Weil dieser Karte ist, es hat einen Standard-Rahmen, das ist wichtig dabei zu erwähnen, sind, äh, links die Mana-Kosten und rechts der Name. Ja. Ähm, dann haben wir ein Artwork, dann haben wir die Kreaturen-Typ-Zeile und die Kreaturen-Typ-Zeile ist auch verdreht. Mhm. Das heißt, wir haben rechts dann stehen Legendary Creature, Moonfolk, irgendwas. Dann ist der komplette Text statt linksbündig rechtsbündig. Mhm. Und wir haben die Angriffs- und Verteidigungsstärke auf der falschen Seite. Ja. Das ist fürchterlich. Wenn sie wenigstens komplett spiegelverkehrte Karten, die auch spiegelverkehrt wie der, wie der Verasker-Seer waren. Ja. Okay. Aber ich habe tatsächlich mit mehreren Linkshändern gesprochen, die sich dadurch sogar offended gefühlt haben. Ja, total. Also, oder was. Also, ganz krass, wo ich ja sage, das ist ein Tritt für diese Leute, das hätte ein Online-Gag sein sollen, der ein Online-Gag hätte bleiben sollen. Das ist eine Sache, die ich absolut nicht gut finde, nicht unterstütze und echt, echt daneben finde. Total, total. Also, dasselbes Feedback habe ich auch bekommen. Das ist halt so ein bisschen, selbst Linkshänder das halt im besten Fall sehr verwirrend finde. Und es geht ein bisschen zurück auf die Future-Side-Rahmengeschichten, wo so ein bisschen damit gespielt wurde, dass man links oben die Mana-Kosten hat. Aber da war das komplette Framing komplett anders. Also, hier ist wirklich einfach nur ein regulärer Rahmen, so wie man es eben kennt. Die Karten für die Leute, die es interessiert sind, Sissi, Weatherlight Captain, Empress Galina, Geralt Messenger, Rokrak, Son of Rogan und Garok, Caller of Beasts. Also, alles Commander-Karten im weitesten Sinne. Blaue Fäule ist richtig teuer. Ja, das stimmt. Also, der finanzielle Wert ist halt auf jeden Fall auch hier so ein bisschen gegeben. Ich glaube, viele Karten sind gut spielbar und auch eben einen guten Penny wert, so. Aber also ... Also, ohne Magenschmerz, das geht gar nicht. Ja, also, ich kann mir die Karten auch nicht irgendwie gut angucken, einfach. Ich fühle mich richtig, richtig bescheuert, wenn ich draufgucke. Und natürlich zum Schluss haben wir Just Some Totally Normal Guys. So ein bisschen so einen cartoonigen Look. Aber ich muss sagen, fast schon von der Auswahl her der Karten, schon fast am besten. Also, wir haben Void, Winover, wir haben Goblin Settler, wir haben Collector Uf, wir haben Vengewine. Wo zumindest Collector Uf und Vengewine, das sind zumindest mal Karten gewesen, die in Tierdecks gespielt worden sind. Und ... Und Settler ist ein weirder, alter Reprint, der noch nie einen Vollprint gesehen hat. Und nur einmal in einem Starter-Deck 19, jetzt erwischt es mich, ich glaube, 97, rausgekommen ist. Ja. Und der wirklich, wirklich teuer war. Und den man lange Zeit lang in Goblins gespielt hat, immer noch spielt. Und auch Commander. Und dem Kiki ja noch kopiert, um einfach auch Basic Lens zu zerstören. Weil er darf auch Basic Lens zerstören. Und die Artworks erinnern mich an dieses Set, was wir letztes Mal hatten, mit dem Idlemon of the Great Reveal, Elfisch Mystic. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Dieser Comic-Stil, der sich, oder wie man nennt man, der wirklich, der sich durchzieht. Ja. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich schon eins der coolsten davon. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, das ist so das Set an Karten, wo ich am meisten Bock drauf hätte, mir potenziell was zu kaufen. Wobei ich wieder sagen muss, ich werd mir wahrscheinlich keins von denen kaufen. Ich zieh das so ein bisschen durch jetzt. Aber das ist auf jeden Fall sowohl vom Wert her, als auch von der Obskurität der Karten eben zwei durchaus playable Sachen. Auf jeden Fall mit Collector-Uf und Wenschwein. Dann eben Goblin Settler, wie du schon sagst, fällt in die Kategorie Weirder Reprint, von dem wir uns sehr, sehr gerne mehr wünschen. Weil ich glaub, das ist dann cool, wenn du nicht nur diesen Effekt hast von wegen, hey, was zum Teufel spielst du denn da für eine Karte bei Commander oder so, sondern wenn sie dann auch noch so komisch aussieht oder so interessant aussieht. Und ich weiß nicht, was ist deine Meinung zu dem Void Vinova? Das ist eine 9-Mana, 11-9, Creature Eldrasi. Dein Gegner kann keine Spells mit Even-Mana-Values casten und auch keine Kreaturen blocken mit Even-Mana-Values. Ich weiß gar nicht, was wird denn gedruckt? Ein paar Euro. Und zwar nicht weniger Euro, sondern ein paar mehr Euro. Weil der wird halt in relativ vielen Commander-Decks auch gespielt und ist eigentlich eine sehr coole Kreatur, weil sie halt einen uniken Effekt hat, den man nur auf ihm trifft. Und also der kostet auch Geld. Das ganze Set ist manchmal nach das Value-Beste-Set. Und auch wirklich das coolste Set vom Aussehen. Und wirklich ein cooles Set. Also muss ich leider sagen, ich werd's mir jetzt auch nicht holen, aber ja. Ja, also das wär so zumindest das, wo wir am ehesten zusagen würden. So rein von Value gesehen, lohnt sich das am meisten. Aber natürlich bei Secret-Layer quasi unser Standard-Disclaimer. Die können die nicht wirklich inhaltlich bewerten, weil sie sehr, sehr davon abhängig sind, ob euch die Karten gefallen, ob euch der Stil gefällt. Also selbst zum Beispiel ein Set, sagen wir jetzt mal zum Beispiel das Linkshänder-Karten-Set. Selbst wenn das Value stimmt, selbst wenn die Karten euch interessieren, könnt ihr immer noch dieser Stil euch einfach abschrecken. Und wie gesagt, schaut da, ob euch das wert ist, euch quasi diesen Preis, der eben nicht günstig ist für die meisten Secret-Layers, ob's euch das wert ist. Ob ihr auf den Stil steht und ob ihr vor allen Dingen ... Es ist immer noch so sechs Monate, bis man die Karten hat. Das dauert ja immer noch eine ganze Weile. Wahrscheinlich jetzt demnächst eher acht bis neun, je nachdem, wenn sie das durchziehen mit der Verlängerung. Mit weiteren Verspätungen dann vielleicht sogar noch länger. Aber genau, schaut's euch gerne an. Wir haben wieder alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ja, bestellt's euch, bestellt's euch nicht. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, welche Secret-Layer-Drop euch am meisten interessiert. Interessiert. Und ich bekomme dich auf jeden Fall in der Videobeschreibung. blahыb